Ja, also guter Grip ist nicht. Helma, was meinst du dazu? Sieht sehr scary aus auf jeden Fall. Und ich muss jetzt sagen, der Riss sieht... Ja, so ein Münze Brust für die Finger und so ein Bein für die Hand. Der holzgeile Riss zum Steinbein am Räuberfelsen. Wie ich nur fliege? Ja, und das ist ein Nima. Nima Fingerriss nennt sich's. Mal gucken, wir haben drei Fans in der Größe. Bright Boys gibt mir Kraft. Ich hab den ganzen Sommer trainiert, um diesen Riss zu klettern. Es ist grüßt, aber ich schief zum Anfang. Das kann ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du heilige Scheiße, ich trau mich nicht, ach Helma, ich bin noch nicht mal gefallen, ja also guter Grip ist nicht, ich würde jetzt halt mal einen Friend legen, ne, dann wüsste ich mal, da ist noch ein Lust mehr drin, okay. Das ist der Mann, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich habe es noch alles in den letzten Jahren du Forgetst! Trashclimbing! Trashclimbing! Du hast mich mit Haken, ja! Geil gemacht, Helm! Ok, runter, zu! Das ist doch nicht! Du musst in die Kamera reingucken. Machst du nicht auch noch was gellern hier? Ja, aber wann denn? Was denn? Dann kommt halt nochmal hoch. Dann ist schon, ok. Im Dezember. So ein Winter-Assent machen, ne? Ja, von Centerquart.